Kapitel 45 Firenze Der Rest der Woche verging wie der erste Schultag. Harry wurde immer wieder mit blöden Kommentaren konfrontiert, die er aber mit genauso dämlichen Sprüchen blockte. Einige versuchten ihn zu verfluchen, aber da schützte ihn die Elfenmagie oder er selbst war einfach schneller. Merlin, er hatte die letzten Jahre immer wieder gegen Riddle gekämpft, glaubten die wirklich, da würde er sich von einem Beinwabbelfluch beeindrucken lassen. Allerdings wurden die Briefe, die man Severus schickte, nicht weniger, nur eben erfindungsreicher. Ein Arzt hatte es sogar gewagt, einen Brief direkt an Harry zu senden, bei dessen bloßen Berührung der Junge schon einen Vertrag eingegangen wäre. Auch versuchte immer wieder jemand, dem Katzenjungen einen Portschlüssel unterzuschieben. Einige Eltern gingen sogar so weit, ihre Kinder damit zu beauftragen. Als Harry am Mittwochmorgen zum Beispiel seine Kaffeetasse nehmen wollte, verschwand diese vom Frühstückstisch der großen Halle. Winky erzählte ihm später, dass es sich um einen Portschlüssel gehandelt hatte. Zwar kam keiner dieser Zauber durch den Elfenschutzschild, allerdings machte es Severus rasend, dass diese Idioten es einfach nicht lernen wollten. Er hoffte, dass sich das Ganze nach den Verhandlungen der Mephystikos verlaufen würde. Die Beweise, die die Auroren gegen die Bruderschaft gefunden hatten, waren erschütternd, und Severus hatte vor, an diesen Zauberern ein Exempel zu statuieren. Auch Umbridge terrorisierte die Schule fleißig weiter. Mittlerweile hatte sogar ein Großteil des Lysuans die Schnauze voll von der Frau, und dabei versuchte die pinke Tussi, genauso diese Schüler auf ihre Seite zu bringen. Auch die Lehrer hatten eindeutig genug von der pinken Gefahr. Das war der Spitzname, den Professor McGonagall ihrer Kollegin gegeben hatte. Harry bekam sich vor Lachen fast nicht mehr ein, als Severus ihm von der Schimpftriade der Schotten erzählt hatte. Das Schlimmste aber war wohl die kontrollierende Teilnahme am Unterricht. Und aus irgendeinem Grund, den Harry gar nicht so genau wissen wollte, war Umbridge immer dann im Klassenraum, wenn sein Jahrgang Unterricht hatte. Nun war wieder Montag, und Harrys Jahrgang hatte die ersten zwei Stunden Zaubertränke. Kaum hatten sich alle Schüler hingesetzt, fing Severus wie gehabt mit dem Unterricht an. Allerdings nicht lange. Der Tränkemeister ignorierte das Räuspern und zauberte das Rezept von dem heutigen Trank an die Tafel. Heute brauchen wir den Speedtrank. Wer außer Miss Granger und Mr. Snape kann mir verraten, wofür der Trank gut ist. Erstaunlicherweise war es Neville, der die Hand hob. Ja, Mr. Longbottom. Der Speedtrank beschleunigt das Wachstum der Haare. Er wird auch Rapunzel-Trank genannt und wurde von Morgana erfunden, da die Frau zwar sehr begabt, aber auch sehr eitel war. Nun herrschte Stille. Zum einen, weil ausgerechnet Neville Longbottom die wandelnde Trankkatastrophe die Antwort wusste, sondern auch, weil sich alle fragten, warum sie gerade einen Schönheitstrank brauen wollten. Es war doch allgemein bekannt, dass Professor Snape nichts von solchen Dingen hielt. Lord Snape, ich versuche schon die ganze Zeit, Ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Hätten Sie die Güte, kurz Ihren Unterricht zu unterbrechen, damit wir uns unterhalten können? Professor Umbridge, wie Sie gerade richtig gesagt haben, befinden wir uns im Unterricht. Wenn Sie sich privat mit mir unterhalten wollen, dann bitte beim Essen oder zu meinen Sprechstunden. Ich will mich nicht privat mit Ihnen unterhalten. Es geht um den Grund meiner Anwesenheit. Ich weiß, warum Sie hier sind. Wenn ich es nicht wüsste, hätte ich Sie bestimmt danach gefragt. Also, wenn Sie jetzt so freundlich wären, mich weitermachen zu lassen. Von mir aus. Aber warum um Merlins Willen sollen Ihre Schüler einen Trank brauen, der nur dafür gut ist, seine Eitelkeit zu frönen? Von einem Meister Ihres Kalibers hätte ich da wirklich mehr erwartet. Wenn Sie mich nicht unterbrochen hätten, wüssten Sie den Grund mittlerweile. Mr. Longbottom, würden Sie unserem Gast, dabei deutete er fast schon anklagend auf Umbridge, erklären, warum ich diesen Trank in den Unterricht aufgenommen habe. Weil, weil sich herausgestellt hat, dass der Trank nicht nur Haare wachsen lässt, sondern auch Pflanzen, vor allem Arrauen und Kitzelkraut, und da diese beide für viele Tränke sehr wichtig sind, hat sich der Speedtrank als fester Bestandteil bei der Zucht etabliert. Richtig, Mr. Longbottom. Das macht fünf Punkte für die Erklärung der vernünftigen Anwendung, und zehn Punkte dafür, dass Sie uns auch über die Geschichte des Tranks informieren konnten. Sämtliche Slyssvans zogen scharf die Luft ein. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass Ihr Hauslehrer die Löwen bevorzugte. Es schien fast so, als hätte Professor Snape mit dem Aufgeben seiner Spionagetätigkeiten auch seine Haltung komplett verändert. Oder hatte er bis jetzt wirklich immer nur eine Maske getragen? Den Griffes gingen ganz andere Gedanken durch den Kopf. Zwar wunderten sie sich über das veränderte Verhalten ihres Lehrers, aber das interessierte im Moment niemanden. Nein, der Grund für ihre Verblüffung war Neville. Der Junge hatte zweimal die richtige Antwort gegeben, ohne zu stottern, und das bei Snape. Jeder wusste, dass der schüchterne Junge panische Angst vor seinem Tränkelehrer hatte. Harry, Ron und Hermine hingegen hatten alle Hände voll damit zu tun, nicht lautlos zu lachen. Immerhin erinnerte sie der Trank und seine Anwendung ziemlich an den Trockenzauber, den Severus früher immer für seine Haare verwendet hatte. Kurz darauf wurden alle von ihrem Lehrer wieder ins Hier und Jetzt geholt. Wie auch schon in der letzten Woche habe ich auch in dieser Woche drei verschiedene Rezepte an die Tafel geschrieben. Das zweite stammt, wie auch schon das letzte Mal, von Mr. Snape. Sie können sich also wieder entscheiden, welches Rezept sie nehmen wollen. Verblüfft blickten alle zu Harry. Das Rezept stammte von ihm? Es war Umbridge, die sich natürlich nicht zurückhalten konnte. Wie darf ich das verstehen? Das Rezept stammt von ihnen. Ich dachte, sie wären immer schlecht in Zaubertränke gewesen. Zumindest im praktischen Teil. Das habe ich zumindest ihren Noten des letzten Jahres entnommen. Resigniertes Seufzen von Harry war die Folge. Eigentlich war ich nie schlecht in Tränke. Aber stellen Sie sich mal vor, was passiert wäre, wenn Riddle oder ein anderer Todesser herausgefunden hätte, dass mich Professor Snape im Unterricht fair behandelt. Den theoretischen Teil konnte er natürlich nicht falsch benoten, aber beim Praktischen war es was anderes. Soll das heißen, Sie können all diese Tränke, die Sie bis jetzt im Unterricht durchgenommen haben? Diese und noch mehr, ja. Wenn das jetzt geklärt ist, würden Sie dann bitte meine Schüler nicht weiter stören. Vielen Dank. Mit dieser Rüge setzte sich die Ministeriumsangestellte beleidigt auf ihren Platz und machte fleißig Notizen. Der Rest der Stunde verging relativ ruhig. Mit einer Ausnahme. Malfoy hatte seinen Trank dermaßen versaut, dass sein Kessel anfing, Hacken zu schlagen wie ein Feldhase auf der Flucht. Dabei stieß er auch den Kessel seines Sitznachbarn um und das ganze Gebräu verteilte sich auf den Boden. Das hagelte natürlich wie der Punktabzug für Slytherin. Außerdem musste Malfoy die gesamte Schweinerei wieder mit der Hand auffischen. Wenn das so weitergeht, Mr. Malfoy, können Sie sich bis zum Jahresende als Hauselfe bewerben. Der gehässige Kommentar hatte natürlich Gelächter zufolge. Sogar einige seiner Hauskameraden konnten sich das Grinsen nicht verkneifen. Severus war zufrieden. Jetzt bekam der Giftzweck endlich, was er gesät hatte. Das kommt davon, wenn man sich jahrelang nur auf andere verlässt und es nicht für nötig befindet, zu lernen. Es war Abend und alle saßen beim Abendessen. Neville, ich bin wirklich beeindruckt, wie gut du dich heute in Zaubertränke geschlagen hast. Hat Harry heimlich mit dir geübt oder woher kanntest du die Antworten? Alle sahen erwartungsvoll zu Neville. Nein, Dean, ich kannte den Trank, weil er in unserem Kräuterbuch beschrieben wird. Nun zeigten sich bei allen Umsitzenden Verständnis. Immerhin war Neville der Experte, wenn es um Pflanzen ging. Professor Sprout meinte auch oft, sie wäre stolz, wenn der Junge damals in ihr Haus gekommen wäre. Aber wie bei Merlins und Dawson hat man denn herausgefunden, dass der Trank auf Pflanzen so eine Wirkung hat? Bei Morgana den Rest nach der ersten Anwendung vermutlich in einen Garten gekippt hat. Diese Antwort verwirrte Ron nur noch mehr. Warum hätte sie das tun sollen? Weil der Trank von seiner Verbesserung sämtliche Körperhaare wachsen ließ, also nicht nur die am Kopf, kam die trockene Antwort von Harry. Du meinst... Ganz genau. Diese Vorstellung rief bei allen schallendes Gelächter hervor. Aber auch das wurde von einer gewissen Lehrerin unterbrochen. Meine lieben Schüler und Kollegen, ich habe ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen. Gebrummelte Kommentare und kollektives Aufstöhnen war die Folge. Umbridge ignorierte das allerdings. Nachdem ich mir eine Woche lang alle ihre Lehrer angesehen habe und mir ein Bild von ihren Unterrichtsmethoden machen konnte, bin ich zu dem Schloss gekommen, dass nur eine Lehrerin den Aufforderungen nicht entspricht. Mit sofortiger Wirkung ist Professor Trelawney entlassen. Von eben genannter Person war ein lautes Aufschreien zu hören. Auch von einigen Mädchen, die die Lehrerin sehr mochten, kamen Proteste. Auch das wurde von Umbridge ignoriert. Ab morgen wird in Unterricht wachsagen ein Lehrer übernehmen, den das Ministerium für geeignet empfindet. Das wird nicht nötig sein, Dolores. Laut den Bestimmungen ist es dem Direktor erlaubt, die Stelle zu besetzen, wenn er einen Nachfolger hat. Und Sie haben einen solchen? Natürlich. Firenze, würden Sie bitte hereinkommen? Auf die Aufforderung von Dumbledore öffnete sich die Tür zur großen Halle und herein kam ein stattlicher Zentau. Er hatte blonde lange Haare, einen leichten Ziegenbart und einen muskulösen Oberkörper. Viele der Mädchen und auch einige der Jungen konnten sich ein verträumtes Seufzen nicht verkneifen. Was? Sie wollen einem Pferd die Anstellung geben? Dieser Ausruf ließ die meisten erschrocken aufkeuchen. Jeder wusste, wie sehr Zentauren es hassten, wenn man sie als Pferde bezeichnete. Meine liebe Kollegin, gerade Sie sollten wissen, wie unhöflich Ihr Verhalten gerade war. Und was ihre Frage betrifft. Es gibt niemanden, der besser die Zukunft vorhersagen kann als Zentauren. Also ist der Posten des Wahrsagers wie gemacht für Professor Firenze. Wieder folgte teils wütendes, teils verträumtes Gemurmel. Bis sich dann doch wieder alle beruhigt hatten. Als der Unterricht am nächsten Tag vorbei war, ging Harry sofort in seine Wohnung. Er wollte dringend mit seinem Mann sprechen. Hey, Seth, bist du da? Labor. Hast du Zeit oder brauchst du gerade? Ich bereite nur alles vor. Ich muss am Wochenende den Trank für den Magieentzug brauen und ich will sicher gehen, dass ich alles dafür habe. Wenn du willst, helfe ich dir beim brauen. Das wäre großartig. Also, was kann ich für dich tun? Mit diesen Worten zog Severus seinen Gatten in die Arme und hauchte ihm erst einmal ein Kuss auf die Lippen. Ich wollte einen Freund besuchen und fragen, ob du mitkommen willst. Hagrid? Nein, Firenze. Nun zog der Tränkemeister die Augenbrauen hoch. Seit wann bist du mit ihm befreundet? So viel ich weiß, halten sich Zentauren gerne von Menschen fern. Wenn du es wissen willst, musst du mitkommen. Harry konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Du bist wirklich listig wie eine Schlange. Kein Wunder, dass der Hut dich in mein Haus einteilen wollte. Na los, dann komm. Und damit gingen die beiden in Richtung Wahlsagenklassenzimmer. Als sie am Klassenzimmer angekommen waren, blieb Harry allerdings nicht stehen. Er ging geradewegs auf die Privaträume des Tentauren zu. Nach einem kurzen Klopfen wurden die beiden hereingebeten. Als die Tür aufging, erblickte Severus einen wunderschönen Wald mit wilden Blumen und einer hellen kleinen Lichtung in der Mitte. Na da hatte sich Albus ja wirklich ins Zeug gelegt. So in Gedanken merkte er nicht, dass sein junger Gefährte sich die Schuhe und Socken auszog und nur barfuß durch den Wald ging. Kommst du? Ja, sicher. Etwas ertappt beeilte sich Severus, Harry zu folgen. In der Mitte der Lichtung kam ihm der Zentau entgegen. Hallo, Fohlen, es ist schön, dich wiederzusehen. Hallo, Firenze, es freut mich auch. Damit umarmte Harry das pferdeähnliche Wesen. Mit Harry immer noch im Arm begrüßte Firenze dann auch Severus. Allerdings musste der Wahrsager sich zurückhalten, um nicht laut aufzulachen. Immerhin konnte man ganz genau die Eifersucht des Tränkemeisters erkennen. Kommt doch mit, ihr zwei. Ich habe da hinten einen schönen Platz. Es stehen auch Möbel für Menschen da. Damit schnappte Firenze sich kurzerhand den Katzenjungen und setzte ihn auf seinen Rücken. Bane würde einen Schreikrampf bekommen, wenn er sehen würde, dass du wieder jemanden auf dir reiten lässt. Immerhin bist du ja kein Pferd. Nicht ganz. Der Gute würde ausflippen, wenn ich irgendjemanden auf meinem Rücken tragen würde. Bei dir ist das was anderes. Na, wenn du das sagst. Severus konnte den beiden nur Kopfschütteln folgen. Er hatte wirklich noch nie davon gehört, dass ein Zentau einen Menschen auf seinen Rücken sitzen lässt. Aber andererseits, Harry war ja kein Mensch. Im hinteren Teil der Wohnung angekommen standen tatsächlich Möbel für Menschen, was, da die Landschaft einen Wald glich, ziemlich komisch aussah. Firenze ließ Harry von seinem Rücken steigen, nahm ihn aber gleich wieder in die Arme und setzte sich mit ihm auf den Waldboden, auf den er vorher noch eine Decke ausgebreitet hatte. Bitte, Professor Snape, setzen Sie sich doch. Dobby hat auch bereits Tee und Gebäck gebracht. Nachdem sich alle Tee eingeschenkt hatten, konnte Severus seine Neugier nicht mehr zügeln. Seit wann seid ihr beiden eigentlich befreundet und vor allem so vertraut? Ihr ganzes Verhalten ist doch sehr untypisch für ihre Art. Oder irre ich mich da mal wieder? Soll in letzter Zeit ja öfter vorkommen. Harry kichette. Sie irren sich nicht. Normalerweise würde ich einen Menschen nicht so behandeln. Aber Harry ist eine Ausnahme. Sie meinen, weil er ein magisches Wesen ist? Nein, das hat damit nichts zu tun. Obwohl ich schon vor Jahren in den Sternen gesehen habe, dass der Kleine kein gewöhnlicher Mensch ist. Aber da er ja von der gesamten Zauberwelt als Held angesehen wird, dachte ich mir, dass es damit zu tun hat. Tja, da hätte ich wohl mal genauer nachsehen sollen. Firenze sah Harry entschuldigend an und strich ihm über den Kopf, wobei er, wie auch Severus immer, bei den Ohren stoppte, um sie zu kraulen. Nein, der Grund für mein Verhalten Harry gegenüber ist einfach, er ist mein Fohlen. Bitte, wie genau darf ich das verstehen? Als Harry damals in seinem ersten Jahr im Wald angegriffen wurde, habe ich mich zwischen ihn und diesen Riddle gestellt. Als ich mich dann mit dem Jungen unterhalten habe, stellte ich fest, wie sehr ihn der Tod des Einhorns mitnahm, und wie sehr er die Natur und alles damit Verbundene liebt. Naja, was soll ich sagen, da kann dann eben mein Beschützerinstinkt durch, und ich habe ihn kurzerhand als meinen Fohlen angenommen. Sie meinen, sie nahmen sich vor, ihn zu beschützen? Ich ging sogar noch weiter. Ich wollte ihn in unserer Herde aufnehmen, und nachdem unser Anführer es mir erlaubt hat, ging ich zum Direktor und bat ihn darum, Harry in den Ferien aufnehmen zu dürfen. Seine Antwort war allerdings nein mit der Begründung des Blutschutzes. Das hielt mich allerdings nicht davon ab, es immer wieder zu versuchen, mit immer dem gleichen Ergebnis. Allerdings hat unsere gesamte Herde, meinen Kleinen, als Mitglied anerkannt. Es wäre besser gewesen, Dumbledore hätte ihm die Erlaubnis erteilt, Harry aufzunehmen. Das meinte Bane auch. Nachdem wir erfahren hatten, wie es unserem Fohlen ging, mussten mich die anderen davon abhalten, ins Schloss zu stürmen und dem Direktor einen Fall sonst wohin zu jagen. Firenze zog Harry noch näher an sich, und man sah dem Zentauren an, wie sehr er ihn das alles mitnahm. Woher wusste ihre Herde, wie Harry von seinen Verwandten behandelt wird? Um immer zu wissen, was in der Zauberwelt vor sich geht, stehen wir schon seit Jahrhunderten mit den Hauselfen in Kontakt. Verstehend nickte der Tränkemeister. Dann fiel ihm allerdings etwas anderes ein. Ist das der Grund, warum sie jetzt im Schloss sind? Natürlich. Nachdem wir herausgefunden hatten, wie es meinem Fohlen ging, wurde Dumbledore zur Rede gestellt. Immerhin war es seine Schuld, dass eines unserer Herdenmitglieder verletzt wurde. Er musste uns versprechen, dass wir ab jetzt auf Harry aufpassen durften. Mit anderen Worten, auch wenn diese Frau nicht ihren Posten verloren hätte, wäre ich auf jeden Fall ins Schloss gekommen. Severus musste zugeben, dass er beeindruckt war. Er war begeistert von der Liebe, die diese Wesen seinem Mann ganz augenscheinlich entgegenbrachten. Ich muss zugeben, mit so etwas hätte ich nicht gerechnet. Vor allem, da ich einmal das Unglück hatte, auf Bane zu treffen, und er kann Menschen ja nun wirklich nicht leiden. Sowohl Harry als auch Firenze brachen daraufhin in schallendes Gelächter aus. Severus war vollends verwirrt. Da die beiden das sahen, fing Firenze wieder an zu erklären. Bane ist mein Gefährte. Wenn er weiß, was gut für ihn ist, dann hält er sich besser zurück. Außerdem täuscht sein Verhalten. In Wirklichkeit ist er sehr liebevoll, und manchmal auch überbeschützend. Vor allem jetzt. Was meinst du damit, vor allem jetzt? Naja, Fohlen, ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, es dir zu sagen, aber ich bin trächtig. Im ersten Moment blickte Harry ihn perplex an, aber er hatte sich sofort wieder gefangen. Herzlichen Glückwunsch! Moment, das bedeutet, ich bekomme ein Geschwisterchen! Und damit fing der Katzenjunge unter heftigem Schnurren an, den Bauch des Zentauren zu streicheln und mit diesem zu reden. Genau wie Bane, lächelte Firenze verträumt und strich dabei weiter über Harrys Rücken. Severus saß die nächsten Minute erstmal da, wie bestellt und nicht abgeholt. Der Zentao bekam ein Junges? Wie war das möglich? Wie kam das Kleine zur Welt? Diese und ähnliche Fragen schossen dem Tränkemeister durch den Kopf. Irgendwann hatte er sich wieder gefasst und stellte dann die Frage, die ihn am meisten beschäftigte. Sie sind ein Mann, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber wie können Sie da schwanger, ich meine, trächtig werden? Sofort hatte er wieder die volle Aufmerksamkeit der beiden. Firenze und Harry blickten sich lange an. Erzähl es ihm, Fohlen, er ist immerhin dein Gefährte und wenn du ihm vertraust, kann ich es auch. Dafür erhielt der Zentao noch eine Umarmung, ehe sich der Junge an seinen Mann wandte. Firenze ist kein er, sondern eine sie. Gut, dass Severus saß, sonst wäre er jetzt wohl ziemlich ungalannt auf dem Hosenboden gelandet. Bitte? War das einzige, was er mit leiser Stimme herausbekam. Es ist so, wie ich gesagt habe, Firenze ist ein Weibchen. Aber er, Entschuldigung, sie sieht aus wie ein Mann. Das ist ganz normal, weibliche und männliche Zentauren sind von außen her nicht zu unterscheiden, zumindest nicht für andere. Wir selbst erkennen natürlich den Unterschied, wäre wo sonst etwas peinlich. Aber warum? Evolution, war Harrys schlichte Antwort. Auf Severus fragendem Blick holte der Junge weiter aus. Zentauren sind Jäger und für einen männlichen Körper ist es nun mal einfacher, durch die Wildnis zu galoppieren oder mit Pfeil und Bogen umzugehen. Das ist nur ein Grund, warum sich beide Geschlechter äußerlich ehnen. Zentauren wurden in der Vergangenheit wie auch viele andere magische Wesen gejagt. Um genau zu sein, haben sich die Jäger auf die Weiblichen eingeschossen, da das die perfekte Methode der Ausrottung war. Und deswegen haben sich die äußerlichen Merkmale der Weibchen mit der Zeit geändert. Aber so eine Entwicklung dauert doch normalerweise Jahrtausende. Und ich habe in Geschichtsbüchern gelesen, dass es noch vor einigen hundert Jahren weibliche Zentauren gegeben hat. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Mutter der ersten Zentauren eine in eine Menschenfrau verwandelte Wolke war. Also allein unser Entstehen ist mit normaler Evolution nicht zu erklären. Daraufhin konnte Severus nur verstehend nicken. Und die männlichen Namen sind danach auch zum Schutz? Ganz genau. Wie weit bist du denn schon? Im siebten Monat. Was? Und dann unterrichten sie? Ist das nicht so riskant? Warum sollte das riskant sein? Firenze blickte seinen Gegenüber verwirrt an. Ähm, ich glaube, Seth ist zu erschrocken, weil er von der menschlichen Dauer einer Schwangerschaft ausgeht. Wie lange ist eine Menschenfrau trächtig? Neun Monate, kam die zweistimmige Antwort. Oh, Zentauren tragen ihre Fohlen zwei Jahre. Sobald das Junge auf die Welt kommt, kann es bereits feste Nahrung zu sich nehmen. Die Milch, die es vorher braucht, bekommt es bereits im Mutterleib. Außerdem sind unsere Fohlen bei der Geburt nicht so schutzlos wie die euren. Verstehe. Severus war wieder mal erstaunt, wie viel die Zauberer nicht wussten. Und da hielten die sich für die Spitze der magischen Gesellschaft. So ein Unsinn. Wenn der Tränkemeister Harry nicht geheiratet hätte, würde er auch immer noch an so vieles dieser Ammenmärchen glauben. Wie gut, dass Tim nicht so war. Er staunte aber auch über das Vertrauen, das der, oder besser die, Zentaure ihm entgegenbrachte. Das zeigte, wie tief die Beziehung zwischen Harry und diesem Wesen war. Der Rest des Nachmittages verging mit weiteren Gesprächen über die Gesellschaft der Zentauren und die Art, wie sie ihre Vorhersagen trafen. Während der gesamten Zeit war Harry kaum vom Bauch seiner Ziehmutter wegzubekommen. Am Ende vereinbarten Severus und Firenze, dass der Tränkemeister die Schwangere mit Stärkungstrinken versorgen würde, um das Fohlen bestmöglich zu versorgen. Harry war am Ende nur mit dem Versprechen einer baldigen Wiederholung des Besuchs von seinem Geschwisterchen wegzulocken. Severus stellte auf dem Weg in ihre Wohnung wieder mal fest, dass es mit seinem Kleinen wohl nie langweilig werden würde.